Willkommen am Wandertaxi. Jetzt die Kühe. Jetzt die Kühe. Über uns liegen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber wenn ja, dann bleibt es drin. Wir bedanken uns für unsere Sponsoren. Sehr gut. Das ist das Wichtigste. Die Kühe, denen geht es gut. Der Weg ist steil und steinig, aber wir kommen gut voran. Seht leider nicht viel. Und da machen wir auch ein paar Büschen. Und wir können davon ein bisschen ein bisschen auch, weil sie auch noch da halten. Ein bisschen ... ... ... ... ... ... Das müssen wir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, eben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Schön. Sieht auch immer ganz witzig aus. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Was uns für den Schalt brauchen wir das denn, so ein 80s LSD. Was uns für den Schalt brauchen wir das denn? Was uns für den Schalt brauchen wir das denn?